Zurückgeworfen auf die letzte Stelle hier dieses Feldes. Und ja, dann... Ein, das ist das, die die Geltestinke noch. Wunderbar. Ein, das ist der Eikam und hat der Spitz in den Eikam. Und was war auch noch nicht dabei? An dieser Stelle liegen fährt vor und Platz 3. Und den ersten Weg hat er jetzt auch schon zu mir. Aber wer kommt davon hin? Wer liegt jetzt schon auf Platz 2? Das ist jetzt klar! Vorne allerdings die 20. Michael hat der Helm. Jetzt geht's noch kurz. Aber auch auf den hinteren Plätzen wird um jede Position gefeiert. Jetzt ist es wieder Robert Baumann, der hier jetzt Buchberger angreift. der nach außen sich treiben lässt. Damit Robert Baumann die Chance nimmt, außen vorbeizukommen. Jetzt kann die 22 Zivli aufschließen. Und es ist bereit. Jetzt kommt der mit einer super hart Jacke! Und das bringt er nach Hause! Ja! 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 Wahnsinn! Ja! 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 Das wär wieder hier, da ist Lokal-Schmette!